Herzlich willkommen zurück zu Star Fox Zero. Wir sind in Sektor... Sektor? Sektor Beta angekommen. Dieser Sektor wird über den Ausgang des Kriegs entscheiden. Alles oder nichts, Fax. Helft unserer Flotte beim Gegenschlag. Sind schon unterwegs. Okay. Freunde vereint. Defensivlinie, Sektor Beta. Sieht es wieder sehr Weltraumkampf mäßig aus. Gefällt mir. Ui. Die Lage ist ernst, Star Fox. Wir brauchen eure Hilfe. Los, wir helfen den Cornerian. Den Cornerian, okay. Du hier? Bill! Los, Kumpel. Denen werden wir mal richtig einheizen. Tja, Bill. Das war einer von uns. Ach so. Dann lassen wir euch zwei allein. Mein Gott, die sind halt nicht markiert. Fox, was ist los? Bist du durchgedreht? Tut mir leid. Können wir den da besiegen irgendwie? Jetzt kriegt er Schaden. Ihr habt die Husky-Einheit. Tschüss. So, nächste. Weg mit diesen Affen. So. Oh, da kam ein Ring raus. Die Bombe. Es nimmt kein Ember. So. Komm mal her. Komm mal her. So. Wo ist der Nächste? Tschüss. Oh, tschüss. Oh, ja, das hat gereicht. Nice. Noch ein Ring. So. Schlachtschiff. Chill. Ich muss da so ein dickes Schiff zerstören. Ich wollte den Ringe haben. Ich gestehe. So, tschüss. Ja, ja. Oh, wir haben es geschafft. Die erste Furie. Oh, da kommt noch mehr. Jetzt geht es voll richtig los. Taktischer Hype-Hyperklasse-Zerstörer. Grand B. Das ist uncool. Drehen. Eieieiei. Eieiei. Ich glaube, wie kann ich nichts machen hier. Oh Gott, die Kanone. Wow. Ein Schild. Was war das denn? Das ist ja ein toller Schild. Äh, gut, Slippi. Ah, ich sehe gerade nichts bei Sequenz. Kann ich da reinfliegen? Ich bin drin. Yeah. Ja, wenn du deinen Laser schießt, geht das Dinger auf. Das habe ich gerade gesehen. Richtig nice. Formwechsel. Zeig es Ihnen, Fox. Okay. Ich laufe mal auf dem Ding rum. Kann ich nochmal vorm Wechseln? Okay. Ich dachte vielleicht noch zu was anderem. So, was haben wir denn hier? Hier ist schön ruhig. Hier fliegt keiner drin rum. Ei. Wo muss ich hin? Da hinten. Oh, okay. Ah, jetzt werde ich das hier hacken. Frontal vor. Frontal vor. So. Oh, er will die mit seinen Flügelchen. So, und rein da. So, Freunde. Oh Gott. Nein. Mach doch die Rolle. Mach sie halt nicht. So, geht doch. Schild weg. Aus hier. Wihi. Ich bin weg hier. Mach den da ein bisschen. Miau. Oh, da ist ein Ring rausgekommen aus dem kleinen, den ich gerade gemacht habe. Fahrseins Ende. Oh, 101 Punkte. Nice. Tidee. Bin ich froh, dass ich auf deiner Seite bin, Fox. Ja, sei mal froh. Hier schuldet mir was. So, hier, komm. Aufpassen, dann ärzt sich was. Oh, noch einer. Ach, sie. Wollt ihr euch etwa ohne mich amüsieren? Cat, was willst du hier? Begrüßt man etwa so eine Dame? Hier, Star Fox. Identifizierung. Hallo, Foxy. Du kennst also Falco? So klein ist die Galaxie. Oh, hey. Okay, die Wolfen kommen. Das sind Star Wolf. Oh, Star Wolf. Oh, ist das cool. Star Wolf ist so cool. Okay, die haben jetzt alle richtig kassiert. Dees Bild. Hab's gesehen. Hab's gesehen. Wo ist er hin? Der doofe. Lurch. Oh. Da war Pigmar. Den hätten wir machen können. Wo ist Fox? Da. Äh, Falco. Aber warte mal. So. Einmal Heilung holen. Müsst den Affen machen hier. Alter, die gehen mir ganz schön auf den Sack. Ah, die bremsen mit. Die sind ganz schön nervig. Die bremsen dann einfach mit, wenn man bremst. Oh, Slippy, wo bist du denn? So. Komm noch mal drehen. Hab ich nämlich falsch gedreht. Das ist der Affe. So, Lurchi. Komm her. Boah. Das ist ganz schön crazy. Das erinnert mich so ein altes Star Wars Zeiten hier. Juhu. Ich hau einfach ab von dir. So. Leider. Komm dir Lurch. Tschüss, Lurchi. Oder? Den Affen machen wir jetzt auch weg. Oh, Wolf kommt. Alter, krass. Er ist hier. Okay, mein Erzfeind. Juhu. Oh, nochmal. Er hat auch gesalltot. Ich hab's genau gesehen. Oh, er hat gewendet. Hallo, Wolf. Komm, ich will den Affen da jetzt weg haben. Ah, er salztot wieder. Hat er gewendet oder mit gesalltot? Er hat gewendet. Okay. Oh, Laser. Will die kleinen Schiffe mal weg haben. Nee, nee. Lass das mal sein. So. Der Affel, komm. Yes, der Zweck. Okay. Onkel Andros. Wow. Jetzt noch Wolf. Das ist so cool. Reune, ich hab gebremst. Alter, Slicky. Ja, tut mir leid. Du warst im Weg. Du hast mich gar nicht, Wolf. Ja, da fliegt er nicht meinen Schuss. Dann tut er weg. Ja. Ah. Was ist das schon? Nein, Pöppi. Er stützt auf den Planeten ab. Jetzt haut der ab. Was ne Pussy. Das reicht. Unsere Verstärkung übernimmt nur den Rest. Pöppi ist weg. War das gescriptet oder musste, also, also, oder konnte das optional passieren? Rob, du musst Pöppi finden. Signal lokalisiert. Pöppis Position. Gleiternia. Okay. Hoffentlich geht's Pöppi gut. Los, suchen wir ihn. Okay, wir suchen ihn. 174. Silber. Jawoll. Pöppi. Die ganze Starfox fliegt dahin. Crazy. Reicht das nicht, wenn die kleinen Schiffe dahin fliegen? Okay. Okay. Jetzt sind wir wieder auf der Strecke. Wir sind an diesem... Uuh. Neue Teleporter auf Corneria und Titania geortet. Da ist der Panzer am Start. Okay. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ist dann ein kürzerer Part. Ich würde so eine Mission pro Part sagen. Außer die Mission dauert fünf Minuten. Das ist wirklich sehr kurz. Aber wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part von Starfox Zero. Bis dahin. Ciao, ciao. Malmö. Das war's.